Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trouble in Terrorist Town. Was, nein? Ne? Was? Dead by Lego Light. So, schauen wir mal, wer es ist. Mit dabei sind Drama-Lama, der Herr Björn. Hallo. Der Firefox. Und der Herr JJ. Guten Tag. Na, war es Traitor? Detektiv. Ich bin Innocent. Ich bin Detective, ich gehe mal in den Traitor-Shop. Ich bin bei Björn. Ich bin bei Firefox. Was ist denn das? Ziege ist bei mir, das ist verdächtig. Wieso? Ja. Geh weg von mir, Ziege, 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 Ziege. Okay. Geh doch rein. Geh ich halt wieder. Aber ich behalte dich im Auge. Okay. Ich darfst du mir in den Rücken schießen. Björn vertraue ich. Nein. Gut. Ich vertraue auf Firefox. Gut. Alle anderen gut. Ich vertraue JJ. Aha. Also wir beide waren im Tester übrigens, ja? Ja. Nur mal so. Tesla-Cola. Ja, das ist aber easy. Wir haben uns gegenseitig getestet. Ja, das sage ich dir jetzt einfach so. Wenn wir uns gegenseitig getestet haben. Achso, wenn die. Ja. Und Dings ist das Ding. Dann bleibst du. Ja. Ich mag diesen Tester nicht. Wo kommt denn der hier? Logik gewinnt. Logik gewinnt. Gewinnt. Ja, also ich persönlich finde ja den Detective auch eher unnütz. Was? Nein. Der kann nicht so gut. Ja, was genau kann der eigentlich? Ja, der kann, der kann halt. Aber wahrscheinlich muss der mal ein kompetenter Mensch spielen. Vielleicht bin ich jetzt ja mal Detective. Mi, 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 mi. Lama. Mi, 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 mi. Ja? Der kann, der kann identifizieren, wer umgebracht wurde. Und unter Umständen, unter welchen Umständen. Ich dachte, das kann jeder. Oder? Täusche ich mich da. Kannst du sagen, dass jemand tot ist und die infizieren. Und dann ist es allen anderen auch klar. Kannst sie infizieren. Ja. Ah, ja. Everyone. Innocent. Unschuldig. So, kommt alle mit. Ich glaube auch, weil er unschuldig und nicht innocent gesagt hat. Buchstabier mal unschuldig rückwärts. Kommt mal mit, hier ist der Herrscher. Ich hab Schaden bekommen. Schön, dass du Deutsch habe. Ich bin bei Pisi. Ich bin bei... Pisi sieht verdächtig aus. Ja, ja. Ich bin bei JJ. Er sieht aus wie so ein Terrorist. Ich glaube, Lama ist es. Wie immer. Er trägt auch so ein Stirnband. Jemand hat auf mich geschossen. Ich hab das nicht gesehen, wer. Ich vertraue nur noch FF. Ja. Wir müssen auf Pisi schießen. Wer ist ein FF? Ich vertraue mich. Das ist Pisi. Ich wette was. Ja, ja. Lama ist es. Kommt hier hinten zum Tester und dann zeigt das ihr wahrlich. Ich komme mit. Wer geht durch den Tester? Kommt. Ich würde einfach mal sagen, wir zerlegen einfach Lama prävent. Ich zeig mir den Tester. Nein, nein, nein. Ich gehe zum Tester. Seht ihr? Pisi ist es. Der will mich einfach töten, bevor ich zum Tester komme. Kommt. Geh zum Tester. Ich habe mich das letzte Mal zerlegt, als ich... Geh mal. Geh mal zum Tester. Ja, hier ist der Tester. Äh, Tester. Hier ist der Tester. Was mache ich da jetzt? Drücken den Knopf. Eder. Okay. Drama ist in Ordnung. Das ist sauber. Pisi, geh mal rein. Wo ist denn der Knopf? Hinter dir, da. Das Pisi ist es auch nicht. Oh, oh, JJ. Wo ist eigentlich Björn? Wo ist der Knopf? Es ist ja auch. Okay. Aber hat er quasi auch schon verraten. Wir standen alle vier zusammen und hat gesagt, wer hat auf mich geschossen? Björn, lebst du noch? Björn. Ich glaube, Björn ist tot. Du hast dein Todeskommando durchs Lego-Land. Ja, ja. Bitte melde dich. Zwei links, zwei rechts. Einen fallen lassen. Schachmatt. Was, da kann man runter? Niemand glaubt dir. Niemand glaubt dir. Jemand hat geschossen? Ich. Präventiv. Um die Ecke. Ah. Uh, Prefile. Ja, 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 ja. Da hat jemand CSGO gespielt. Ja, scheiße. Scheiße. Jetzt noch mal den Griff schieben. Ja, identifizier mal gerade. Ey. Ah, der Terrorist. Okay. Ja. Verbundet. Gut gemacht. Tödlich verbundet. Dieser Drama hat nicht so viel Schaden. Ich war das. Ich hab dann nach der Runde einfach nochmal durchgesiegt. Wenn du böser Mensch bist. Böser Mensch. Durch und durch. Durge. Ich glaube, das ist durchaus. Erfolge sich. Durge aus. So, wo ist denn jetzt? Ich bin preparing. Ich immer noch, ja. Ja, ja, ja. Oh nein, ich bin grau. Ich bin der preparing. Björn ist es. Nein, das warst du noch gar nicht. Detective. Jetzt bin ich schon wieder innocent. Dann ist es jetzt Tiger. Nee. Tiger hat eine AWP. Tötet Ziege. Ja, ja. JJ ist Detective. JJ? Ja? Ich geh hier zum Tester. Ja. Ich geh mit. Das sind sehr schnelle Runden hier. Ja, ich finde den Tester ja persönlich auch einfach ziemlich doof. Wenn nichts zum Tester geht, ist. Firefox sieht, dass ich getestet wurde. Ja, es hat Grün. JJ, pass auf, was Lama macht. Ja. Ja, JJ brauchst du dich testen. So, seht ihr es? Pisi ist es. Ich sag's doch. Quatsch. Wir waren alle im Tester, du Nase. Nase funktioniert gar nicht. Nein. Das ist Fake-Tester, oder? So viel dann dazu. Hier ist doch ein Tester. Ich glaube, Drama ist es. Ja, ich auch. Nee, das check ich jetzt aber echt nicht. Es gibt irgendwas, kannst du als Traitor kaufen, dass das so ein Fake-Test wird. Dann war es trotzdem Pisi, weil das war da vorher weg. Ja, pff, wusste ich es doch. Das war, das war aber, das war nicht bestätigt hier. Aber überhaupt nicht. Ja, das finde ich immer viel zu voreilig von dir, Lama. Das mag ich überhaupt nicht. So. Ich bin preparing. So. Was ist das denn hier? Ich nicht. Oh, das will ich haben. Hier, gib das, gib das. Ja, aber jetzt weiß ja jeder, dass das Ding im Endeffekt, man müsste quasi sofort hinrennen. Das wäre, glaube ich, auch sonst zu einfach, oder? Ja, stimmt schon. Ich finde es auch doof, weil dann ist ja der ganze Spatz dann ja weg. Da schießt jemand. Das ist, wir sind doch noch preparing. Wir sind doch preparing. Wir sind doch preparing. Wir sind doch preparing. Ja, ja. Die sind doch preparing. Drama ist Traitor. Ja, ja, Drama ist das. Das weiß ich jetzt schon. Pum, tot. Innozent. Schon wieder unschuldig. Das ist schon wieder Pisi. Innozent. Ja, ja. Wuuu. Ich bleib mal bei FF. Ist der? Der ist der einzige. FF-Taktiv? FF-F, wo bist du? Ich bin hier. Steht stramm. Wir gehen mal mit Pisi zum Traitor-Tester. Nur mit Pisi. Wer hat denn gerade die Granate geworfen? Wer war's? Wer war's? Irgendwas ist hier gerade gelangt. Alter. Huch. Ups. Okay, Lama war's tatsächlich nicht. Du warst es auch nicht. Und dann ist es Björn. Hä? Was? Nein. Doch. Ja, ich auch. Da ist's. Der hat auf mich geschossen. Der hat auf mich geschossen. Ich hab überhaupt nichts gemacht. Das stimmt sogar. die Ansatzweise AIM hat. Ich will das mal bezweifeln. Ich war mit der Schrotflinte halt. Sehr gut. Ich hab aber gezielt und getroffen. Ja, hat man gesehen. Ja, aber mit der Schrotflinte auf 5 Kilometer in Entfernung. Ja, Björn auch. Björn hat besser getroffen. Ja. Der hat anders getroffen, aber nicht besser. Nämlich wirklich getroffen. Ja, der hat halt anders getroffen. Alternativer Treffer. Ich bin nicht mehr mit Platzpatronen. In dem Alter bin ich noch nicht. Ja. Oh, gut. Preparing. Traitor. Schnucki. So, ich geh mal schon mal einen Tester. Genau. Ich nicht. Bist du bin ich denn schon wieder innocent? Das ist doch jetzt langsam ab. Oh, Detective. Drama ist es. Drama ist es. JJ ist es. Ja. JJ hat nämlich nicht sofort innocent geschrien. Es fehlt die Empörung bei Drama. Ja, das stimmt. Ich könnte mich jetzt ja alle schützen. Sicher ist sicher, ne? Aua, hey. Was soll das? Gut. Was? Das sag ich doch. JJ war es. Sein instinktiefer Schrei mit nach innocent kam diesmal nicht. Wollen wir mit dem Mapwechsel eine kurze Folge da machen? Acht Minuten, ja. Acht Minuten ist ein bisschen sehr kurz. Na gut. Dann hauen wir noch einen rein. Was denn? Ja, ich nehme ... Nehme ich auch. Gut. Dein. So. Penis. Yeah. Das war jetzt nicht voraus. Ich hoffe, der JJ ist mir jetzt nicht böse, dass ich so schnell kurz einen Prozess mit ihm gemacht habe. Ach, ich wollte doch noch den Björn, der Björn, der lief so ganz knapp vor mir, so zu weit für einen Schuss mit der Schrot, aber zu nah, um nicht hinterher zu müssen können. Oh Gott, was ist das denn hier? Ein Biotop. Natürlich. Voll schön. Ich war es nicht. Björn ist der Mörder. Mein Ding ist huge. Hier, Firefox macht Fenster kaputt. Das ist schon verdächtig. Firefox ist es. Oh, das ist die beste Map. Confirmed. Was? Nein, aber das ist eine ziemlich geile Map. Firefox. PC. Ja, alle confirm. Also, bei mir ist noch Preparing. Ja, ja. Ja, du, du hast ja Lack. Input Lack. Ja, ja. Jetzt ist der Twitch-Delay. Oh, jetzt kommt der nicht mal raus, jetzt. Bleib da einfach da stehen. Oh, ich bin draußen. Björn hat geschossen. Ich bin auch draußen. Das ist noch mehr gelügert als der Kuchen. Was? Was für Kuchen? Was? Oh, ich will auch Kuchen. Okay. Und ich bin unschuldig. PC ist Detective. Ich bin weich. Ich bin unschuldig. Und Drama ist bei mir. Okay, dann lass uns doch zusammentun. Ja, dann von mir aus. Dann machen wir mal einen Pakt. Okay. Wo gehen wir hin? Hier lang? Ich glaube, Firefox ist es wirklich nicht, der hätte mich da wunderbar erschießen können. Ja. Drama hält sich nicht an den Kakt. Ja, das stimmt. Ich bin gegangen. Weil ich nämlich denke, dass es für ein Ding ist. Hui. Hui. Hey, ich habe eine Brandgranate aufgehoben. Cool. Was? Eine Handgranate? Nicht der Steck. Ich schieße. Die Heilige. Genau. Ich erschöße? Ja, ich habe doch gesagt, ich schieße. Ich habe ein Glas zerschossen. Wo ist ein Pisi? Den habe ich gleich mit erschossen. Was? Nein. Pisi? Nee, nee. Ich lebe noch. Wer witzig, wenn ich... So schnell ist die Ziege nicht unterzukriegen. Wer schießt hier? Ich nicht. Okay. Ich habe eine Schrot. Lama und Pisi. Das war ich. Ja. Pisi hat zuerst geschossen, glaube ich. Ja. Das ist klar. Das ging ziemlich schnell. Das ist klar. Das Dumme ist so, dass die anderen zwei neben mir stehen hier unten. Ja, dann weißt du schon mal, wer es ist. Pisi, ja. Nein, ich bin es wirklich nicht. Ja, ja. Sonst hätte ich es doch nicht gesagt. Ich hätte jetzt die Klappe gehalten, eine Leiche von mir hingelegt und gut wäre es gewesen. Äh, Moment mal. Ich lasse das ja auch gar nicht. Wer war denn Detective? Pisi. Achso. Ist ein bisschen blöd, ne? Der blaue Helmenschein, der fällt nicht auf, ne? Oh, ich habe hier gerade was gehört. Ja, ja. Hä? Ich auch. Ich höre auch was. Ich habe was gehört. Ah! Okay. Bist du irgendwo runtergefallen oder was? Wer hat geschossen? Du. Wer lebt noch? Du. Ich lebe noch. Ich weiß jetzt nicht, wie mich trauen sollen von euch beiden. Irgendeiner hat gerade den FF gekillt. Also, ich laufe hier die ganze Zeit im Haus rum. Okay, ich habe ihn hier gefunden. Ach, warte. Wer bist du das? Das ist der J.J. Gut. Björn! Geh weg! Wer lebt noch? Also, es war Björn. Okay. Okay. Mhm, 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 mhm. Okay. Das war's für heute. 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 Der Drama stand in der Ecke und der Schatten draußen an der Wand. Ja. Wir durften ja nichts sagen. Das war ja geheim. Ich muss gleich pullern. Wir müssen danach ne Aufnahme raus machen. Ja, das ist ja gleich 16 Minuten. Hey! Oh, defekte. Innocent. Fehler, 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 Tricky, Happy. Ich bin schon wieder innocent. Nein, jetzt war's. Pisi schießt auf mich. Pisi schießt auf mich. Wieso schießt Pisi auf mich? Okay, die Negev ist echt nicht gut. Nehmen wir mich selbst keine Negev mehr holen. Ah, schade. Ich freue euch zu ne One-Shots-Waffe. Dann würde ich sagen, wir machen ne schicke Abmoderation und wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay? Genau. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.